Mein absoluter Tipp, und das verwendet ihr bitte täglich, wirklich tagtäglich, dann habt ihr immer super gepflegte, bildschöne Füße. Das ist die Fußcreme. Und diese Fußcreme, die hat 500 Milliliter. Und das ist wirklich das A und O, tagtäglich cremen. Ich mache das immer, die steht bei mir auf dem Nachtkästchen. Die Fußcreme ist ja eines der erfolgreichsten Artikel weltweit, die ist ja legendär. Die neutralisiert sogar Fußgeruch, weil sie Latschen-Kiefernöl hat und reines Menthol, erfrischt gleichzeitig. Gleichzeitig haben wir einen speziellen Fußkomplex mit drin, mit Lipiden, wie ganz viel Scheerbote zum Beispiel, das die Füße ganz, ganz weich macht und diese Schwielen entfernt und auch die Hornhaut abbaut. Also was ganz, ganz Tolles für weiche, schöne, gepflegte und wohlduftende Füße ist das wirklich unser Schönheitsgeheimnis. Das ist auch im Sommer ganz toll, weil es eben sofort einzieht und nicht irgendwie schwer ist. Also wirklich ganz sofort einzieht. Absolut, das kann ich nur bestätigen. Ich mache jetzt beide Füße. Du und seit ich mit der Fußcreme meine Füße wirklich, also das ist aber wirklich mein Tipp. Jeden Abend, wenn ihr wollt, natürlich auch morgens, weil es gut einzieht, aber ich mache es gerne abends ein bisschen dicker, so bevor ich, also wenn ich schon im Bett liege, dann kommt es gar nicht dazu, dass ihr so Verhornungen bekommt und so weiter. Oder ja, also probiert das mal aus, ihr kriegt bild, bild schöne Füße. Und gerade wenn wir eben offene Schuhe tragen, jetzt nehme ich das mal ein bisschen zur Seite, dann ist das so, so wichtig, dass die Füße einfach gepflegt sind. Haben meine Füße ein Schönheitsprogramm gehabt? Ja, jetzt können Sie wieder in die Schuhe. Jetzt können Sie in die Schuhe, genau. Ja.